Willkommen bei Division, mein Name ist Manner und ich zeige euch heute ein weiteres Set. Das neue Global Event ist am Start und man kann diesmal vier verschiedene Sets farm. In diesem Fall fangen wir mit dem Banshee Set an heute. Morgen kommt das nächste. Wenn ihr noch zu den dazugehörigen Sets Gameplays sehen wollt, dann bitte einmal den Like backen und unten ins Kommentar was reinschreiben. Checkt doch die Infobox ab, kommt bei Discord vorbei und vor allem auf Twitch. Da ist so ziemlich jeden Tag ein Livestream am Start, entweder morgens, mittags oder abends. Müsst ihr abchecken, erfahrt ihr natürlich alles über Twitter, Discord und Co. Schaut einfach vorbei. Ich hoffe das Set gefällt euch. Wohlbemerkt, das Set ist nicht max out. Bitte nicht vergessen, kann man an der Optimierungsstation noch hohe Rollen. Mir persönlich langt es, um in der Dark Zone den Server zu zerstören. Ich hoffe trotzdem, es gefällt euch. Bei Fragen und Anregungen ab damit in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.